Hey Freunde, willkommen zur nächsten Runde, The Binding of Isaac. Ja, wie gesagt, ich will das jetzt echt durchziehen mit dem, ja, kompletten The Binding of Isaac Rebirth. Let's play. Ich werde es tun. Keiner kann mich davon abhalten. Wie gesagt, ich weiß, es werden wahrscheinlich jetzt echt anfangs echt so gut wie keiner schauen, aber mal gucken, wie sich das entwickelt. Man muss ja sowas durchziehen, sonst kann man ja nie sehen, wie es wird. Egal. Äh, ja, ähm, unlocked. Unlocked. Locked. Alle noch locked. Äh, genau, stimmt. Wir haben im letzten Run Lazarus freigeschaltet. Wir könnten Lazarus spielen, oder? Oder, ja, doch, wir haben im letzten Run. Also egal, komm, ich versuche mal, jeden Mann, wen anders. Nehmen wir jetzt Lazarus. GG. GG. Ja, wird, wird lustig, wird lustig. Äh, ähm, ich hab jetzt den, äh, den ersten Run hab ich ja nicht, den hab ich ja nicht, äh, geschnitten. Der, 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 also der erste, der erste Part ging 35 Minuten. Äh, das geht noch, sag ich mal. Äh, aber wie gesagt, also so, also sobald's halt quasi, äh, also sobald ein Run über 40 Minuten hat, äh, werde ich ihn halt in 20 Minuten schneiden, weil 20 Minuten ist eigentlich eine optimale Länge für, für, ja, für ein Video auf YouTube generell. Ja, Cursed Skull. Den können wir mitnehmen, aber ob sich das so lohnt, ist jetzt eine andere Frage, weil der teleportiert uns halt random raus, wenn wir, äh, getroffen werden. Und ob wir das wollen, äh, weiß ich nicht. Weiß ich nicht. Leel, ja. Leel, ich hoffe echt, dass da, dass, dass, dass das quasi was, was wird, ja. Wir sind halt auch als Lazarus extrem, äh, schwach. Das ist klar. Achso, ich hab jetzt übrigens auch, äh, dieser Config da, äh, eingefügt in Isaac. Also jetzt fehlen halt ein paar Effekte, aber halt nichts, nichts Spielrelevantes, würde ich sagen. Also in meinen Augen zumindest. Klar, es ist jetzt, also es, also so, 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 wie nennt man das? Blur-Effekte. Blur oder Blum? Blur, Blur, Blum, Blum-Effekte sind halt jetzt nicht mehr so stark dort. Weil diese, weil genau diese halt auf so ne, äh, Onboard-Karte, ja, doch sehr viel, äh, Last auswirken. Wie gesagt, Grafikkarte ist Schrott. Ich kann's gern in jedem Part einmal erwähnen. Ja. Und ich werde es übrigens durchziehen. Wir haben ne Pille, lol. Range up, geil. Und wir werden übrigens, ähm, ja, das echt durchziehen mit, äh, nur ein, nur eine Münze, eine Münze pro, 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 pro Run. Wir spenden eine Münze pro Run, mehr, mehr nicht. Äh, ich frag mich halt ernsthaft, ob ich das schaffe, so durchzuziehen, lol. Äh, weil, ich glaub, das wird schon lustig dann. So, ich hoffe, wir kriegen den besiegt. Oha, Gemini, auch noch so ein Kack-Boss. Ja, okay, ein, einig sind wir schnell unterwegs und haben ne gewisse Range. Es gibt, glaub ich, auch Unterschiede. Und zwar kann man, kann man ja entweder den kleinen Embryo da, da, da zuerst töten, glaub ich, das geht. Äh, wenn man das halt macht, bekommt man, glaub ich, irgendwie ein, irgendwie ein anderes Item oder so. So, meine ich jetzt gehört zu haben. Ihr könnt mich gerne in allem korrigieren, was ich hier sage, ja, gerne. Oh, leid, oh, nein, ich hasse ihn, ne. Wobei, den kann man, den kann man ganz gut so, äh, staggern. Also, lol, er hat sich grad nicht bewegt. Was ist los mit dir, Lala? Oh, lol. Ah! Bullshit. Ach, kacke. Das Ding ist halt auch, wenn wir sterben, wenn wir sterben, äh, also, ja, also, Lazarus hat ja generell ein Leben mehr. Guck mal, so kann man das, glaub ich, ganz gut machen, oder? Ja, 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 ja. Sehr gut, lol, die Steine sind kaputt gegangen. Ach so, ja, lol, weil dort, hm, schon klar. Ja, Range ab, ne? Ja, jetzt haben wir auf jeden Fall ne gute Range schon, oder? Ja, 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 kann man, kann man so lassen. Äh, gut, wir haben Itemraum, lol. Was, wir waren nicht im Itemraum. GG, Alter, ich wäre jetzt fast weitergelatscht ohne den ersten Itemraum. Äh, genommen. Hä, hab ich den nicht gesehen, lol. Oh Gott, das ist halt auch so ein... Ach, Mann. Wir können halt die Gegner damit stunnen, oder so. Also, die werden dann versteinert. Oh, la, ja, eine Minze, GG, für den Shop. Aber wir gehen spät, später in den Shop. Also, wir dürfen halt nicht vergessen, immer, immer einmal in den Shop zu gehen. Das dürfen wir halt nicht vergessen. Ne? Das dürfen wir nicht vergessen, meine Freunde. Ja, ich hoffe, vom Sound und so passt alles. Also, meine Stimme, der Endgame-Sound, auch von der Quali, weil, wie gesagt, äh... Äh, ja, ich finde, ich nehme ja mit D-Story auf, und mit D-Story finde ich das alles besser, als mit Action. Action, Action ist zwar so jetzt benutzerfreundlicher im Sinne von, äh, Preis-Leistungs-Verhältnis. Ja, gut, nicht Preis-Leistungs-Sondern, äh, ja, halt vom Leistungsverhältnis generell, ne? Man, also, man kann mit Action halt schon mehr machen, wenn man jetzt, so wie ich, keine Grafikkarte hat. Ha, 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 blähl. Ja, Bullshit. Aber es passiert. Gut, Itemraum. Oh, das Dead Bird. Das ist gut. Wenn wir getroffen werden, kommt der und eilt uns zu Hilfe. Oh, lol. Wobei, dann könnten wir uns sogar theoretisch immer beim Boss so einmal treffen lassen, das wäre sogar noch sinnvoll. Oder in so einem großen Raum, haha, nee. Machen wir so, machen wir so. Easy, peasy. Lemon's Creasy. Sterbt. So. Ne Kiste. Oh, lol. Wiggle Worm. Geil. Ja, nehm ich lieber mit als, ja, doch, kann man. Lieber mit als den Cursed Skalder. Jetzt wriggeln die Tears. Äh, das ist ganz gut. Wobei, wobei ich diesen, diesen, äh, Wupp, Wupp Wurm oder so besser finde, muss ich sagen. Ich finde den besser. Äh, äh, das Problem ist nur, äh, 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 ich werde heißer. Das ist lustig. Oh, lol. Ja, okay. War es ein bisschen zu spät? Egal. Leute, achso, da waren wir schon. Geh, geh. Äh, Papa, da Kaka aufhalten. Schade. Das ist zu, weil wir noch zu viel Leben haben. Was sind denn das für Räume? Das ist so kacke, Alter. So unmenschlich einfach. Wir könnten natürlich auch das Lazarus sterben geben, aber kommen wir stärker wieder. Aber wenn wir sterben, kommen wir nur mit, kommen wir nur mit einem Herz wieder. Das ist schlecht. Schade, da ist das Deck of Cards. Das hätte ich halt echt gern mitgenommen eigentlich. Aber, egal, können wir nicht. So, Monstro. GG. Oh, lol. Das war jetzt total falsch eingesetzt. Ne, jetzt bleibt er einfach. Lol. Habt ihr das gesehen? Ich konnte ihn angreifen, obwohl er, obwohl er nicht da war. also wenn ich auf seinen Schatten geschossen hab. Lol. GG. Ich mein, ihr habt das ja gerade gesehen. Okay, geil. Ich hab, ich hab einen Bug entdeckt im Spiel. Jetzt bin ich voll stolz auf mich. Einfach Monstro in der Luft stunnen. Oder stacken lassen und dann einfach den Schatten angreifen. Wobei es halt nicht den großen Unterschied macht, weil, ja, ne, wir könnten ihn halt natürlich auch äh, stunn, wenn er unten ist. Also ist ja derselbe Effekt. Aber lol, krass. So, kaputt, Junge. Ey, Range Up. Was ist denn das, Alter? Hier, nur Range Up Item. Mom's Contact. DCP in Basement. Dankeschön. Äh, uh, Gappi's Collar. Äh, ja, oder? Ja, komm. Eternal Life. Also das ist halt, jetzt, also wir werden einmal 100% wiederbelebt und das zweite Mal nur vielleicht. Also, also Gappi's, äh, Kollar kann einen, kann einen unendlich oft wiederbeleben. Nur die Chance ist halt nur zu einer bestimmten Prozentzahl. Lol, das ist ein blauer Stein. Fast übersehen, Alter. Fast übersehen. GG. Oh nein, ist ein Schlüssel. Schule Sache. Ja, Schule, Schule, coole Sache, meine ich. Hä? Ich werde heißer. Bullshit. Wahrscheinlich werde ich zwischendurch immer einen Schluck trinken. Ja, muss sein. Muss sein. So, Case Run. Nein, keine, 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 keine Fluckenspiegen, ja, Fliegen spucken, meine ich. Ah, nein, bitte nicht. Greif ihn an, ja. Greif S an. Da, geh hin. Komm, geh hin. Greif an. Komm schon, Mann. Sozu habe ich dich aufgehoben, verdammt. Lol. Nichts, kein Drop, Leute, geht's gar nicht weiter. Sackgasse. Oh, jetzt bin ich gegen mein Pop-Shits gekommen. Nicht gut. Alles noch heile, alles noch heile. Oh, lol. Bitte, sterb. Bitte. Oh, Gott. Ja, komm, geh rauf da. Komm. Mann. Mann. Bullshit. Komm. Lol. Hä, warum haben wir, haben wir nicht gerade einen Schaden bekommen? Warum haben wir, leh? Ich hoffe, die Aufnahme läuft noch, Leute. Ja, sie läuft noch. Oh, Gott. Hä, jetzt bin ich gerade einfach rausgetappt. Warum? Habt ihr, keine Ahnung, Windows war der Meinung. Ja, ich mach mal was. Tschüss. Lol, nicht nett. Nicht nett sowas. Oh, lol. Nicht, oh, ich hasse. Boah, wir hatten Dingle noch gar nicht als Boss gehabt, ne? Bullshit. Ich hasse die, ich hasse die, die Scheiße hier. Ich hasse die Kacke mit der Scheiße. Was ist eine Scheiße mit der Kacke hier, ey? Gott, oh Gott. Oh, mein Gott. Sterbt. Komm mal, ich wollte doch mal gucken, weil ich glaube, der Sound passt. Ja doch, der passt, okay. Ich hab halt, ja, machen wir das so. Was, was, was macht dieses Map, Map-Dings da, Bums? Ich hab das nicht gecheckt, bis jetzt, heute, bis heute. Leg. Leg of Doom. Okay, sehr gut. Sehr gut, und noch ein, äh, Träne oder zwei und tot. Ja, wir können da rein. Äh, nee, wir machen halt keinen Schaden. Mal gucken, wir machen halt keinen Schaden, aber es ist eine rote Kiste, da könnte ein Teufel, oh, es hat sich so nicht gelohnt, ey, scheiße. Sorry, das ist gerade so komisch, dass es kurz, äh, Standbild war, toll, also so minimal. Keine Ahnung, warum das manchmal ist. Könnte daran liegen, dass ich keine Grafikkarte habe, haha, lustig, ne? Leil, die waren gerade ineinander. Ey, das ist so ein Kackraum. Wir machen halt keinen Schaden, Mann. Es hat, hätte nicht wenigstens ein lohn, ein lohnenswertes Item drin sein können, ey, ohne Witz. Ohne Scheiß. Sterb. Leute, ja, die Tränen fliegen halt vorbei. GG. Ohne, bitte, Alter. Wir machen halt keinen Schaden, Leute, der Schaden fehlt. Guckt euch das an. Ja, bis wir dann fertig sind, ne, dauert ein bisschen. Leute, hab ich auch noch Schaden bekommen. Ja, ja, der komische Vogel, macht die, macht die tot. Ja, der Vogel. Der Vogel ist Premium. Okay, das ist nicht Premium. Jetzt ist unser blaues Herz weg. Nein. Vogel, mach was. Komm schon, greif sie an. Töte sie. Vernichte sie. Geht doch. So, die nächsten Alloy. Ja, guten Schlüssel, dankeschön. Der Vogel ist, der Vogel ist cool. Alter, es ist so ein Bullshit, ne? Ich hasse diesen, ich hasse solche, das ist halt so dick. Wenn du halt keinen Schaden machst, ist das so behindert. Und, okay, das geht noch. Das geht noch. Okay, muss ich nur aufpassen, weil die so eklige, ja, Blut hinter sich lassen. Oh, Alter, ihr seid so, ja, der Furz, krass. Krass, krass, Alter. Alter, ohne Witz, die Items, am Anfang sind schon wieder Premium. So richtig Premium, ey. Ja, ich treff die nicht. Ich sterb. Danke. So, in den Shop gehen könnten wir mit 5 Mützen theoretisch, ja, können wir. Wow. Wir können ja hier mal einmal sprengen. Ja, eine Pille. Lässt sich bestimmt. Oh, ja, Speed Up. Oh, siehste, geil. Hat sich gelohnt. GG. Ja, ich glaub, die drei jagen, ja komm, wir haben ja noch drei Bomben, dann machen wir die drei auch mal in die Luft jagen. Oh, nice, noch eine. Bitte sei gut. Pretty Fly, hey. Wir haben Glück. Glück. Wir haben Glück, Leute. Oh, nee, das lohnt sich nicht, oder? Da einmal rüber zu latschen? Nee, das wären ja zwei Herzen, glaub ich, Verlust. Glaub ich zumindest. Ich glaube es zu meinen, dass es so ist. Tut und tun. Schlüssel, dankeschön. So, wir haben alles geklärt, da in den Shop. Gehen wir, komm. Mal gucken, vielleicht ist da ja irgendwas tolles für fünf Münzen. Eine Bombe, ein blaues Herz oder so. Ja, ein blaues Herz, das nehmen wir. Das nehmen wir. Oh, das ist ein großer Boss. Oh, Gurgling. Oh Gott, Double Trouble, ey, ihr seid so nett. So, ich glaube, ich lasse mich einmal anhitten, oder? Einmal? Mit meinen, ja komm. Ja, so jetzt. Äh, Jungs, Jungs, mach kein Bullshit. Äh, Alter, wollte ich schon sagen. So, die Fliege macht das jetzt. Muss halt mega aufpassen. Das ist halt mega kacke. LOL! Ich meine, ich hab zwei Leben, aber trotzdem. Ey, das ist halt so kacke, weil die so ein, so ein Gisch, ich sag dazu mal Gisch, Gisch, warum? Keine Ahnung. Ja, komm Vogel, ich kite sie einfach. Der Vögel, der Vögel, der Vogel tötet sie. Komm schon, fand ich dir sie. Mach sie weg. Komm schon, töte sie. Vernichte! Greif an! Bitte! Lol. Ich hab ein halbes Herz, GG. Greif an, komm schon. Ja, sehr gut, los, beiß sie, ess sie. Mach kaputt. Okay, der Letzte, komm. Komm, der Letzte, mach. Da, Angriff, Angriff. Boah, ich liebe diesen Vogel. Komm, sterb. Oh, leck. Oh, geil. Oh, sehr schön. So, ja, HP ab. Dankeschön. Ja, aber, hm. Kein, kein volles Herz dazu bekommen. Ich wollte gerade tapten. Warum ruckt das? Ja, also, ich bin auch gerade am League of Legends installieren. Habe ich die letzte Folge, glaube ich, auch schon gesagt. Ja, League of Legends ist zur Zeit ziemlich installationsweigernend. Sagt man das so? Weiß ich nicht. Es wird sich irgendwie nicht installieren lassen. Die letzten paar Tage da. Es wollte einfach nicht. So, weiter geht's. Ich hätte auch mein, ja, ich hätte mein, mein Dings-Item nutzen können. Oh Gott. Ja, genau. Ey, dieses Ding ist halt, die Knochen fliegen so unfassbar schnell von den Typen. Komm, sterb. Junge. Dankeschön. Wir brauchen, wir brauchen halt mehr Schaden. Wir machen halt null Damage irgendwie. Das ist halt bad. So mega bad. Halt kacke, ne? Oh lol, der Raum geht. Ja, der Raum geht. Lol. Die Plutifly. Die Plutifly hat gerade übelst geregelt, Alter. Lol. Krass. Krasse Fliege. Krasse Fliege. Krasser Boy. Krasser Boy. Richtig gut. Sterb, 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 sterb. Und du noch. Du spuckst ja mal die. Ja, hör auf, Mann. Ich hab schon mal gesagt, dass das eklig ist. Fliegen spucken. Geh mal zum Arzt. Ey, bitte. Oh lol. Guck mal so ein großes Vieh raus. Puh. Großer Raum. Oh nee, Alter. Bitte nicht. Wow, wow, wow. Kiteskills. Kiteskills of doom. Ja, man kann das Gelernte in Zombie. Ja, okay. Ich sag gar nichts mehr. Sobald ich anfange, mich zu loben, war es das. Aber wir können die Pilze sprengen, weil die sind geil. Oh nein, ich treff... Oh, was schiebst du die weg, Junge? Was ist mit dir? Junge, was soll das? Ich wollte alle vier Pilze hochjagen. Mama, bist du behindert, Alter? Ich hab gelacht, wenn der die gefressen hätte. Das wäre übel gewesen, wenn der die echt einmal weggemacht hat. Oh, wir haben keine Bomben mehr. Haha. Ja, die hatten wir schon mal, ne? Yes. Geil. Zwei. Oh, lol. Äh, Homing Bombs. Lol, Homing Bombs? Boah, das wäre mit Dr. Feetis halt mega rough. Weil die Bomben verfolgen jetzt, glaube ich, die Gegner. Weil ich das... Ja, ja, ja. Renn ihnen nach. Los geht's. So, die haben wir alle schon mal, schon mal alle drei geschwächt. Ich müsste, ich würde halt mal gerne diesen Wurm, diesen Wurm abkriegen, weil ich glaube, der stört mehr, als er mir hilft. Irgendwie konnte man noch Items ablegen, aber wie ging das denn nochmal? Irgendwie muss man STRG und alt und drücken und klar. Wann mal, war das denn? Irgendwie ging das. Wenn die Controls kann ich nicht rein, oder? Ah, egal. Egal, egal, egal. Oh, nee, wir haben ja schon eine Münze gespendet. Naja, ich war grad, ich hab grad gedacht, wir müssen noch jede Ebene eine, aber nein, wir müssen, wir müssen jeden Run nur eine Münze. GG. Boah, das ist irgendwie geil, dass die Ding, dass die, so Würmer da irgendwie nur nach links und rechts spucken und nicht nach vorne und nach hinten und nach hinten. okay. Ey, wir machen halt keinen Schaden, wir bräuchten mal ein Damage-Up-Item. Ich mein, wie, wie, wie sollen wir denn mal, wie sollen wir denn, bitteschön, äh, weiter, also, generell die, die nächsten Bosse wegklatschen. Oh, Bullshit. Hier, greift die an. Nein, da, da, ja genau, und dann den da. Ja, und jetzt den. Ah, du bist, ah, 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 es ist halt, danke. Ah, Gott, es ist, es andauert, es andauert so, so ein Damage-Tausch, ja, ich krieg Schaden und die droppen mir wieder Herzen, die, die Boys. Ja, wir können natürlich Münzen sparen, ah, aber jetzt hab ich auch keine, jetzt hab ich halt drei Stück, ne? Hey, es ist so behind, Mann, ich will da ran. Oh, lol, ein bisschen, ja, mach ich das? Ach, Gott, okay, lol, die Münze, ich hab ein halbes Herz, GG. Äh, ja, die Trollbombe, hab ich nicht gedacht, dass sie mich verfolgt, Lel, Bullshit, ja, lol, jetzt haben wir kein, ja, ja, oh Gott, äh, egal, das hol ich mir jetzt, man weiß ja nie, so, mein Hund, äh, bewegt sich, das hört man wahrscheinlich, toll, danke schön, Hund, danke, haha, schiat, 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 ist das euer Ernst? Was ist denn das wieder hier mit den Kisten und bla und Stacheln? Ihr seid doch, ihr seid doch alle kernbehindert. Hallo Gott Oh Gott, wir haben den Wickelwurm abgelegt Und meine Augen waren gerade leicht, leicht verwirrt So, ne Münze, dankeschön Oh Alter Und dann auch noch, oh Gott Wir machen keinen Schaden, Leute Damage abitemen wir halt Premium Und so, oh Gott Oh Gott, noch ein Treffer, Alter Wir haben, wir, ich meine, wir haben zwei Leben, aber trotzdem Das will ich halt nicht aufbrauchen, weil ich weiß, dass Weil ich irgendwie davon ausgehe, dass wir Kein Damage-Item finden werden Irgendwie, das wird nix Wir finden keins Oh nein, bitte nicht Oh lol Okay, wir sind stärker und schneller Glaube ich, ja, wir sind stärker Und haben noch ein, eventuell noch ein Leben Aber das ist halt nur eventuell, das ist das Problem Das ist das scheiß Problem Geht kaputt Tschüss, hau rein Hund, bitte hör auf dich zu kratzen Oder was immer du da tust Das hört man Oh nein, nicht die Dinger Schnell, genau, schnell töten Ah nice, wir hinterlassen so Ja, genau Okay, aber da ist eh Sackgasse Habt ihr das gesehen, wie er, wie er Weißt du, ich wollte halt so rein, also so dazwischen ausweichen Weil er gerade zu Und dann dodged er einfach in mich rein, Alter Was ist das für eine Scheiße mit der Kacke, ey Ich wollte, ich wollte die Runs